Ja, das ist das erste Mal, dass ich im Lambo einen Kindersitz drin habe, Leute. Weil ich jetzt gleich meinen Neffen hier von der Schule abhole. Und der freut sich schon übertrieben. Erstes Mal Lambo fahren für den Paul Berger. So, jetzt darf er sich noch was aussuchen, weil er nächste Woche Geburtstag hat. Tupp dich aus, Junge. Jetzt will er sich das noch selbst in Geschenkpapier einpacken. Ich glaube, er kann das besser, als ich das kann. Ich kann dir da leider nicht helfen, noch nie gemacht.